Willkommen ihr Lieben bei einer weiteren Folge Brawl Stars mit mir, dem Thorsten, ja kein Clash of Clans am Wochenende meistens, da mache ich auch mal gerne eine Clash of Clans Pause und ihr seht, dunkle Brille, dann ist immer Brawl Stars Time und ich weiß, auf meinem Kanal ist Brawl Stars nicht so der Heilbringer, aber vielleicht wird das ja nochmal und ihr habt es im Titel gesehen, Road to 2000 Pokale, also 18,24 haben wir, mal sehen, wie weit wir in dieser Folge hier kommen, Ihr könnt ja so ein bisschen stetig meinen Fortschritt begutachten und ich habe auch so einen ganz kleinen Fortschritt hier zu Hause gemacht, denn ihr seht das, ich bin mal ganz, ganz kabellos unterwegs, sonst habe ich immer dieses kleine Handy hier über einen USB-Port in meine Aufnahme reingebracht, das brauche ich nicht mehr, denn dank meiner Kollegen bin ich stolzer Besitzer zweier Cisco Access Points heute geworden, Die habe ich schon mal so ganz global angeschlossen, also das muss noch ein bisschen feiner werden, aber ich habe hier ein super, super Wireless LAN und deswegen kann ich Brawl Stars, beziehungsweise von dem Handy hier jetzt zumindest komplett Wireless LAN, alles übertragen, ich muss nichts mehr irgendwo am Kabel haben oder irgendwelche Badges starten oder was auch immer, ist so ein bisschen ein technisches Geplänkel und das Ganze hat so einen ganz, ganz kleinen Delay, Ihr seht das hier, also wenn ich jetzt den Daryl hier mal ganz, ganz kurz so bewege, dann hat das so eine Sekunde Delay, aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm und auch wenn wir hier spielen, sieht man ab und zu mal einen Krissel, das kann ich aber noch wegmachen, so ein bisschen Feinsettings hier den Apps und dann wird das auch was, Aber wir wollen natürlich ins Geschehen reingehen, denn von nichts kommt nicht 2000 Pokale und deswegen denke ich mal, spielen wir hier mit dem Daryl heute erstmal das ganze Ding hier im Juwelenraub an, ist das ja glaube ich, ja, im Juwelenraub an und, naja, es freut mich wirklich und ich denke mal, dass das Zeichen hier, ich weiß nicht, ob es noch kommt, aber das Handy hier, das glüht gerade, kann ich euch sagen, das glüht gerade, Denn ich habe es extrem heute laufen lassen, da unten ist schon einer durch, da unten ist der schon durch, hier der Honk da, aber wir sind da oben auch schon mal durch, okay, und der weiß, dass ich jetzt natürlich ihm so ein bisschen hier auf den Fersen bin, oh, ich habe das Zeichen doch noch, aber ich glaube, das kommt nicht von hier, Ich glaube, das kommt nicht mehr von hier, den haben wir da schon mal weg und, aber dennoch, ja, ich mache jetzt erstmal Spiel, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Spiel, denn das technische Geplänkel hier ist schon, ist schon recht, recht krass, muss ich sagen, Was man hier alles so machen kann und was man hier vor allen Dingen alles so schießen kann, denn man kann hier schön diesen Tresor hier wegmachen, also erstmal vor dem, vor diesem komischen Schmeißer nochmal so ein bisschen weglaufen hier Und eben mal aufladen lassen, meine Topfähigkeit hier, oh, wir haben es schon geschafft, sehr geil, oh, sehr geil, wir haben es schon geschafft Und, ja, coole Sache hier, Einsteiger, Einsteigerkampf gleich gut gemacht, Star-Marke auch schon drin, erstmal jetzt die Sachen hier mit der Star-Marke spielen, der eine hat schon keinen Bock mehr, alles klar, das macht aber nichts Und was haben wir noch mit der Star-Marke, oh, den Brawl Ball, den kann ich auch mit dem Daryl spielen, den kann ich auch mit ihm spielen hier, denn ich habe ihn auch gelevelt Also ihr wisst, so ein bisschen von euch wahrscheinlich selber, was du dann gelevelt hast, das willst du dann auch ganz gerne spielen Und deswegen spiele ich, spiele ich ihn hier auch ganz gerne Oh, im Brawl Ball, da haben wir schon den Ball auf unserer Seite hier, oh, da müssen wir nur noch den einen da wegkriegen Okay, jetzt müssen wir die kurz mal ein bisschen, oh, die schafft mich, die schafft mich, oder? Ah, die hat mich gerade so gepackt, das war schon ziemlich knapp gerade Okay, wo tauchen wir auf? Hier hinterm Tor Na komm, ey, jetzt haben die da, jetzt trauen die sich hier nicht, ey, komm, da gehen wir voll rein hier Da gehen wir voll rein ins Geschehen, damit der Ball nicht bei uns im Tor landet Nein, ach komm, oh nein Okay, Ausrufezeichen hat, hat ein Tor geschossen, auch nicht schlecht Dann können wir hier auf jeden Fall voll reinballern Wo ist der Ball? Der Ball ist da unten Dann müssen wir erstmal Na komm, den El Primo, den packen wir Aber den anderen haben wir nicht gepackt Wir haben wieder mal auf einen nicht aufgepasst, das macht nichts Machen wir einfach mal weiter So ein paar Pokale verlieren ist nicht schlimm Denn ich habe jetzt auch gemerkt In der Zeit hier, dass ich eigentlich immer so ein paar Pokale mehr mache Wenn ich ein bisschen am Ball bleibe Also wenn ich ein bisschen am Ball bleibe hier, dann mache ich immer in der Regel am Ende des Abends oder dieser Stunde Entschuldigt bitte Mache ich immer so ein bisschen mehr Pokale Und auf die anderen warten Okay, die anderen beiden haben keinen Bock mehr Aber das Game geht trotzdem weiter für mich Denn ich habe ja schon auf weiter geklickt Also machen wir das hier Machen wir den Brawl Ball Und im Brawl Ball Man sieht das so ein bisschen Da melden sich auch irgendwie nur so die Tanks Nur die Tanks melden sich hier Hier sind nur schwere Waffen am Start Das ist auch krass Ja, ich meine Gerade dieser Brawl Ball hier mit Daryl Dem El Primo Und auch dem anderen Dem anderen Schergen hier Sind sicherlich Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen Bull ist es Die sind glaube ich immer sehr sehr dominant Aber hier rollen wir jetzt mal komplett rein Sind kurz mal gestunt Aber der Gegner hat den Ball Okay, der Gegner hat den Ball Das ist schlecht, das ist schlecht Das ist schlecht Und der Gegner bringt den Ball hier leider auch ins Tor Ich konnte nichts mehr daran ändern Aber ich glaube ich habe jetzt meine Fähigkeit sofort Und die haue ich auch jetzt sofort wieder rein hier Gehe jetzt aber mal so ein bisschen nach außen hier Der Ball ist vorm gegnerischen Tor Unser El Primo schafft dort die Tussi Nein, das macht der andere gerade Alles klar Und mal sehen, wo wir hier verteidigen können Komm, 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 komm Ein wenig da den Frank wegmachen Komm, 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 komm Aber wir haben zwar das Zeichen Aber das Na komm Frank, Frank Ich bin im gegnerischen Tor Aber ohne Ball Scheiße Ich bin im gegnerischen Tor Aber ohne Ball Wo ist denn die alte Pille, Mann Wo ist denn die alte Pille Da ist sie Da ist die Pille Nein, ich kriege die Pille nicht weg Oh no Es macht einfach Laune Es macht einfach Laune Wieder eine Niederlage Wieder ein paar Pokale verloren Die sechs glaube ich Die wir zu Anfang gewonnen haben Haben wir hier jetzt gerade wieder gelassen Also gehen wir hier gleich wieder rein Dann sind jetzt die anderen beiden kurz mal weg Dann kriege ich jetzt neue Partner Falls die denn doch noch Bock gehabt hätten Ach man Naja Okay Da ist ein Mortis dabei Der macht so ein bisschen was Nahkampfmäßiges Okay Den holen wir uns vielleicht mal sehen Ob wir uns den nicht holen können hier Kommt Nicht da rein Ey der kann ja Ja und ich meine das Das ist natürlich auch der Vorteil Ich kann mein Ich kann meine Handy jetzt wegschmeißen Ich kann mein Handy jetzt einfach wegschmeißen Es hängt Es hängt an Keinen Kabel Was ich hier Beachten muss Aber guckt euch das mal an Wie der da durchlatscht Das kann ich gar nicht glauben Der geht einfach so durch Zweimal Zweimal So durchgegangen Ja genau Da könnte er echt so machen Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ich könnte Mortis ja jetzt auch nehmen Aber ich mach Ich mach das nicht Ich will das Ganze mit dem Daryl hier machen Und nicht mit Mortis Den kann ich nicht so gut spielen Aber der ist zweimal Gerade so Krass hier durchgelatscht Das geht Das geht schon mal gar nicht Also ich bleibe hier erst mal so ein bisschen im Backend Und Na komm 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 Jesse weg 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 Der Ball ist unser hier Okay der hat er Dieser Kaktus hat ihn jetzt gerade Und ja Ich kriege doch ab und zu das Zeichen Aber ihr könnt das sehen Ich bin hier lupenrein da oben verbunden Es kann nicht an mir liegen Es kann nicht an mir liegen Und von daher Liegt der Ball aber da unten Oh Leute Der Ball liegt da unten Macht den da bitte weg Macht den da Bitte weg Und auch dieses Teil da Oh ich hab den Ball Ich hab den Ball Gehabt Gehabt Aber unsere Leute warten jetzt erstmal so ein bisschen Okay Dann checken wir mal Was der El Primo hier macht Der will sicherlich irgendeinen catchen hier Von uns Der Ball ist dort Und Den hat jetzt gerade der Gegnerische Kaktus weggeschossen Okay Ja der Gegnerische Ich weiß gar nicht wenn 0-0 Dann geht glaube ich alles kaputt hier Und Es geht irgendwie alles Von vorne Beziehungsweise es geht nicht von vorne los Der hat Oh der El Primo Der macht das Tor jetzt scheiße Es war so klar Olivia Die Freundin von Popeye Hat das mal eben so geregelt hier Warum der Kaktus muss weg da Wo ist die Pille Die Pille ist schon wieder da unten Alle lenken uns ab hier Die Pille ist da unten Kommt Die Jesse hier weg machen Und den El Primo auch Aber da geht auch keiner da mit dem Ball mal nach vorne Was macht denn der da hinten Der wartet auf uns Ich könnte kotzen Ehrlich Schnitt 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 Okay Schnitt hilft auch nicht wirklich Aber ich bin ganz zufrieden muss ich sagen Natürlich nicht mit meinem Pokal gewinnen Zu den 2000 Habe ich jetzt eher ein bisschen was verloren Aber was wir auch verloren haben Muss ich sagen Wir haben hier ganze Menge Mitglieder verloren Hier in der Clubbude Ich kann es euch auch nicht nachsehen Denn der Clan hier ist Er ist aktiv hier Aber ich weiß gar nicht Wo die alle so hin sind Den kräftigen LP Swash Sogar der Swash ist hier raus Ich meine der ist jetzt wirklich nicht so super gut Mal gucken wen man hinterher gelaufen ist Ist klar Der Mastengo Aber auch der kommt nicht über seine 6.5 hinaus Also egal in welchem Club man glaube ich ist Es macht nicht den großen Unterschied Wenn man denn ab und zu mal zusammen spielt Oh wir haben schon ein neues Ereignis Oh wir haben ein neues Ereignis Showdown Showdown Nee Ich will den Brawl Ball Ich will Fußball gewinnen So ein bisschen bin ich natürlich nebenher am Clash of Clans Aber trotzdem möchte ich hier ganz gerne Entschuldigt bitte den Fußball gewinnen Und den gewinnt aber gerade mal wieder so ein El Primo Hier den müssen wir uns in den Weg stellen Okay Ah da sind wir schon mal Ich hab den Ball Ich hab den Ball Ich hab den Ball Ich schieße den erstmal weg Nein den Bull mache ich erstmal weg Mache ich den Bull weg? Ah der Bull macht mich weg Okay Aber er war auch gerade auf der letzten Ritze hier Und Jemand von uns hat schon mal Den Ball hier Der El Primo Nein der darf nicht durchkommen Aber es ist so klar Und ihr seht das hier Es spielen hier nur die Tanks Also wirklich nur die fetten Charakter Ich meine dass wir mal eine Shelly dabei haben Das ist auch eher super selten So Ball ist weg Ball ist dahinten Ball ist dahinten bei Nita Wie gesagt Es kann nicht an meinem Wireless Laden liegen Das liegt an diesen scheiß Servern von Supercell Dass das hier so leckt Und Los der Ball ist da Nimm dir den Ball Oh nein der lässt es wieder vom El Primo Und wieder Tor Hurra Oh ne doch nicht Kaum zu glauben Gar nicht mal das Tor von denen Ähm Da muss ich jetzt erstmal So ein bisschen durchrollen Um hier einfach mal Ich will Ich will nur ein bisschen Die Gegner auf mich ziehen Kommt einfach an mich ran Hier Kommt einfach ein bisschen an mich ran Ihr seht das ich kann auch Recht normal laufen Hier Jetzt muss ich aber doch hier hinten So ein bisschen helfen Und jetzt kann ich hier Mit dem Ball nach vorne stürmen Könnte ich Könnte ich Hätte ich jetzt nicht gerade so durchgeleckt Alter Falter Ach komm Dieses Leckspiel hier Ich glaube ich mache es auch nicht mehr Also nicht Nicht dieses Leck mich am Arsch Spiel Sondern eher Dieses Dieses laggy game hier Und es kann nicht An meinem wireless landing Also das ist so optimiert Leute Ähm Ich bin manchmal auch in 5G hier verbunden Das ist immer Ganz ganz Unterschiedlich Und deswegen glaube ich nicht Dass es daran liegt Der darf nicht zum Schuss kommen Komm Wir haben die Pille Nicht wegschießen Nicht einfach so Wegschießen Nicht einfach so wegschießen Den Ball Das bringt doch auch nichts Der gehört doch da ins andere Tor Jetzt haben wir wieder verloren 1-0 wieder verloren Okay Da müssen wir uns jetzt Irgendwas müssen wir uns jetzt Einfallen lassen Ähm Ob wir jetzt wirklich Ach ich meine Wir hatten eine Shelly dabei Wir waren jetzt gar nicht mal so schlecht Aber die anderen Ihr seht das auch Mit zwei Tanks dabei Ähm Ich kann jetzt auch mal Einen mitnehmen Ich nehme jetzt auch mal Einen Tank mit Aber ich bin mir nicht sicher Ob das jetzt wirklich der Heilsbringer ist Ähm Wen nehme ich denn mal Ich nehme mal ihn hier Ich nehme mal jetzt den Frank mit Das muss ja mal was werden Mal gucken Die Folge wird einfach mal ein bisschen länger Denn ihr habt mir in der Woche geschrieben Hey Toto so lange Folgen Aber ja Brawl Stars Das braucht ihr nicht so als lange Folge Das weiß ich Äh das macht mir aber nichts Denn ich will mich ja so ein bisschen Verbessern Habe ich jetzt gerade den Rückpass gegeben Hier Naja Ich habe doch eigentlich nach vorne geschossen Ich hatte eigentlich nach vorne geschossen Eigentlich hatte ich nach vorne geschossen Was haben wir eigentlich dabei Okay Wir haben so einen dabei Und der Toto nimmt sich die Pille hier Schießt ihn jetzt aber nach da hin Und nimmt sich die Pille nochmal Und schießt die Pille jetzt nach da hin Kommt Ah die gehen da nicht hin Die gehen da nicht hin Also meine Mitspieler Habe ich so ein bisschen das Gefühl Sind ein wenig zu Ich wollte gerade sagen Sie sind zu defensiv Nein Wir haben ein Tor geschossen Wir haben ein Tor geschossen Super Sauber Und jetzt haben wir wieder das Zeichen Das macht irgendwie Das macht überhaupt keinen Spaß Ich gehe jetzt mal mit dem Mit dem Daryl so ein bisschen mit Dass ich die hier wechstern kann Ja So geht es doch Mein Gott Ich konnte den Namen gerade nicht lesen Aber ich bin sogar der Startspieler hier Kaum zu glauben Aber so geht es Alter Seht ihr das gerade da Da drüben Der hat seinen Kopf auf dem Boden liegen Naja egal Also haben wir wieder ein paar Pokis aufgeholt Er will nochmal Aber ich will nicht nochmal Ne ne Wir machen hier die Marken Und die Marken gibt es hier beim Showdown Beim Solo Showdown Den Solo Showdown kann ich euch sagen Spiel ich am liebsten mit Jesse Denn das sitze ich immer aus Das sitze ich immer aus Also irgendwo in so einem Busch hocken Bis nur noch 5 oder 4 da sind Und dann eiskalt zuschlagen Unter Umständen auch mal ohne Kiste Denn ihr seht das hier Gegen so einen und gegen so einen Da muss ich gar nicht erst anstinken Also Nehm ich da lieber sowas hier Was noch gerade so für mich erreichbar ist Ja Er ist für mich erreichbar Und da hat es der erste Na ne der El Primo hat es noch nicht auf mich abgesehen Okay Also erstmal Verstecken Verstecken spielen Wir spielen einfach mal ein bisschen Verstecken Und ich muss mal eben die Zeit im Blick haben Bei Clash of Clans Okay da haben wir noch ein paar Minuten Zeit Das passt Und dann Hauen wir hier doch jetzt mal rein Dass wir hier doch ein bisschen kriegen 9 sind noch übrig Alter Falter 9 noch Das ist natürlich ganz schön viel Er hier macht mich jetzt Ah ja der macht mich fertig Okay Der macht mich fertig Naja gut Dann verlassen wir das ganze mal Ich gehe das gleich nochmal an Ich will mal eben in Clash of Clans angreifen Minus 4 schon wieder Aber mit der Jesse spiele ich eigentlich das Event Am gernsten Wieder dabei Wieder auf Spielen geklickt Ich habe zwischendurch meinen Clash of Clans Angriff Richtig schön verkackt Aber das ist nicht so schlimm Wir haben sowieso Ich hätte mal fast gesagt Wir haben sowieso verloren Aber hier möchte ich ja gewinnen Und ein paar Kistchen hier Da ein El Primo Und das scheiß Zeichen schon wieder Ich habe keinen Bock mehr auf ProStars Muss ich sagen Wenn ich ewig dieses Zeichen hier habe Obwohl ich eigentlich nicht berechtigt bin Das zu haben Und trotzdem hier durchlege Denn ich Meine Verbindung trennt sich die ganze Zeit nicht Das Handy hier glüht Wie Sau Und deswegen glaube ich auch Dass wir hier so ein bisschen reinballern können Damit wir ein bisschen unsere Fähigkeit bekommen könnten Das haben wir da gekriegt Sieben Brawler noch Und deswegen glaube ich auch Dass es ultra stabil ist hier Auch mit dem Tablet war ich heute Abend Die ganze Zeit in meinem alten neuen Wireless LAN verbunden Denn das hat sich hier nicht geändert Also ich habe bei der Fritzbox dieses Wireless LAN nur ausgemacht Und bei meinem Neo allerdings ist es noch an Denn wenn ich draußen bin Dann strahlt das Ding immer noch am meisten Aber mittlerweile halt Oh wir sind schon zu dritt Das heißt die scheiß Star Marke haben wir hier schon mal drin Weil wir schon unter den letzten dreien sind Also eigentlich kann ich schon aufgeben Der kann da durch Wände schießen Oder die kann da durch Wände schießen Das kann ich aber auch So dann machen wir mal hier unseren Ernie rein So der ist natürlich nicht schlecht unterwegs Ich bleibe mal hinter meiner Maschine Aber da kriegt er mich trotzdem egal Egal wir sind zweiter Egal wir sind zweiter plus sechs dabei Ja die Star Marke haben wir hier in jedem Fall drin Und das habe ich heute Das habe ich nämlich irgendwo in den Kommentaren bei euch gelesen Bekämpfen kannst du immer so ein bisschen 18, 22, ja ok Ein paar haben wir verloren Aber wir haben die Star Marke drin Und ich muss mal nach da gehen Dann seht ihr auch hier unten habe ich 5 von 10 5 von 10 und die beiden Kisten machen wir auch noch auf Dadurch dass das heute mal richtig gut gelungen ist hier Ich bin wirklich, wirklich Und ihr habt es da gehört Und auch gesehen Ich kann es jetzt an die Wand werfen Dann haben wir noch die Star Marke hier mit reingekriegt Beziehungsweise den Sticker hier Und die nächste machen wir mal nochmal auf Was haben wir da drin Ein paar Münzen Wir bekommen ein wenig für Colt Also auch meine Bowler hier gehen gar nicht mal so schlecht hoch Und sechs für Poco Oh das super Mit dem habe ich heute auch schon gekämpft Denn so ein bisschen mache ich nebenher Und nochmal 5 Sticker Für das nächste Ereignis Das spiele ich dann eher selten Aber es fängt in 11 Stunden 35 wieder an Dann will ich es mal ein bisschen mehr spielen Also so ein paar mehr Marken holen Und ich habe jetzt erstmal nichts auf Werd gleich sicherlich irgendwas spielen Vielleicht auch mal wieder mit meinen Mates Die mir hier abhanden gekommen sind Und jetzt kann ich es Handy schon mal weglegen Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich hoffe es hat euch ein wenig Spaß gemacht Mir macht Brawl Stars auch Spaß Allerdings ist Brawl Stars nicht so ein Spiel Wo ich sagen kann Ich kann das 3 Stunden am Stück irgendwo zocken Und deswegen halte ich euch einfach nur up to date Ich glaube das war ganz in Ordnung Ich gucke mir das jetzt nochmal an Wenn das in Ordnung ist schneide ich euch das Und ihr seht das Video einfach mal auf den Samstagmittag Und unter Umständen sehen wir uns ja heute Abend wieder Bis dahin Euer Toto Road